Wow. Das sagt mir jetzt viel aus, was ich machen muss. Die Katze war wieder sowas von... ähm, unnötig. Warum bin ich jetzt wieder hier gelandet? Hä? Äh, hallo? Warum geht der da... Moment mal. Wieso komm ich jetzt hier nicht durch? Wieso werde ich weggeschoben? Hallo? Brauche ich die Pflaume dazu? Vielleicht dagegen werfen? Na, natürlich nicht. Wäre zu offensichtlich gewesen. Vielleicht draufspringen. Äh. Hä? Äh, ja. Äh? Muss ich das jetzt verstehen? Hä? Ich denke mal, wir gehen einfach mal weiter. Das bringt's hier ja nicht. Einfach mal rum zu gammeln und gegen Wände zu fliegen. Und gäbe Lums. Danke. Wir haben schon 24 von 50. Das heißt, wir haben gerade aber die Hälfte des Levels geschafft. Das ist... äh, kein gutes Zeichen. Hier ist schon wieder so ein Ding. Jetzt komm ich hier aber durch. Moment mal, das wird auch das Ding aus der Katze ziehen. Äh. Äh, ne. Manchmal kapiere ich dieses Spiel einfach nicht. Drehen. Okay, wir haben hier... Wormhot Lums. So nenne ich euch jetzt. Wormhot Lums. Wir haben hier eine Kugel. Oh Gott. Und Feuer. Naja, es dreht sich schon viel zu langsam, als dass es mir hier was antun könnte. Mh, das sieht ziemlich einfach aus. Sachte ich und werde getroffen. Nein, natürlich nicht. Es ist echt viel zu leicht hier. Äh. Ein normaler Hot Lums. Noch einer. Super. Ja, kommt schon. Oh, ich hab getroffen. Was für ein Wunder. Pff. Ja, dich kann ich jetzt auch natürlich treffen. Pff. Mh. Okay, es ist schwieriger, wenn ihr zu Hot Lums kommt. Aber ansonsten ist es ja eigentlich nicht so sonderlich, äh, beanspruchend. Außer, dass man hier lange warten muss, bis das Feuer immer weg ist. Hier kommen wieder Wormhot Lums. Wow, du kannst mal treffen von oben. Ist ja mal ein Wunder. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Yeah. Yeah. Wie leitet Lums. Da wird ja wahrscheinlich wieder zurück können. Dum, 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 dum. Wir haben noch zwei Minuten. Und wieso fällt mir jetzt gerade Star Wars ein? Das weiß ich nicht. Ich hab halt keine Ahnung, warum ich irgendwelche Scheißdinge. Und wie soll ich das hinkriegen? Was zum Teufel soll ich hier machen? Wieder zurück. Hm. Galilio Mystery. Das Mystery-Team in den Verschollenen, äh, verließ das. Der Zuflucht, äh, und von, sch, ne, der Zuflucht von Stein und Feuer. Von Feuer und Stein, irgendwas. Von den beiden. Und wo muss ich hin? Hä, wieso bewegt sich der die violette Lums? Äh. 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 Äh, egal wo du mich hinführen willst, wie leute Lums, du hast noch eine Minute 45 Zeit dafür. Komm. Schneller. Sag mir einfach, wo du hin willst. Wow. 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 Jetzt sag mir nicht, du willst einfach nur zum Anfang. Näh. Puh. Ey, es war so hammermäßig klar. Und jetzt ist er natürlich abgehauen. Er bringt uns natürlich nicht wieder zurück. So, aber was mich, was ich mich jetzt immer noch frage, wo ist, äh, das zugehörige Dreieck für die zugehörige Kugel da? Hm. Komisch. Ist hier noch irgendwas außer diese komischen Plattformen, auf die wir fallen können? Ich sehe jedenfalls nichts. Hm. Hm. Ne, ich habe keine Ahnung, wie man hier weiterkommen soll. Hm. Und wenn, dann werde ich das auch erst im nächsten Video machen. Weil wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit, es herauszufinden. Hm. Ich gehe jetzt nochmal da hinten zu dieser Flaume da, wo man eh nicht hinkommen kann. Und dann mache ich einen Schnitt. Schuppidu. Schnitt, Schnitt. Schnitt, Schnitt. So, hier mache ich einen Schnitt. Bis dann.